hallo zusammen und herzlich willkommen heute bei mir auf meinem youtube kanal heute gibt es wieder ein klötzchen do it yourself ich habe hier schon eine kleine grundplatte aus den resten mit sieben klötzchen habe mir hier noch zwei weitere klötzchen geholt die welche sind hier aufkleben das ganze gut trocknen lassen und dann schnell dekorieren so hier seht ihr meine herbst dekoration es ist ein einfaches tablet es ist nicht schwer zu bauen ganz einfach holzleim neuen klötzchen und fertig ist es das tolle an dem deko tablet ist dass man einfach individuell dekorieren kann also frühling sommer herbst winter weihnachten ostern pfingsten alles ist mit dem tablet machbar und deswegen wünsche ich euch viel spaß beim nachbasteln